Hallo und herzlich willkommen liebe Leute, ich bin mal wieder da, Dieter Daft Punk für euch. Ich spiele ein wenig Playstation VR und zwar ein Spiel namens Transpons. Das gibt's für Playstation VR, kostet glaube ich um die 30 Euro, gibt's aber auch für Steam, also für HTC Vive und für Oculus Rift. Ist da günstiger und das Ganze soll ein Puzzle-Spiel sein, was ziemlich gut ist. Ich bin hier gerade schon in dieser virtuellen Tron-Welt und das ist noch das Hauptmenü. Ich habe hier meine grünen Tron-Ärmchen, die ganz cool aussehen, an meinem Körper dran. Und hier sehe ich jetzt eine Figur, achso das sind Spielstände. Schaue ich mal da an hier, wir machen ein neues Spiel. Warte mal, ach man, jetzt wollte ich gerade mal MCA machen. Okay, crazy shit passiert hier. Ich werde hin und her gebeamt. Oh, wir beten dich an, großer Kristallball. Diese Welt war einst lebendig. Sie wird wieder lebendig sein. Cool, die Entwickler haben versucht, möglichst viele Postersprüche mit reinzupacken. So, wo kann ich hin? Wir gehen mal hier rüber. Oh, das könnte ich mit euch machen. Nichts? Okay. Kann man sich drehen? Ah, man kann sich auch so drehen. Okay, das ist schon so ein bisschen besser. Ja, ich bin immer nicht so ein Freund. Das ist immer mit den Move-Controllern, finde ich, so ein bisschen blöd geregelt. Mit dieser ganzen Bewegung, weil man da eben keine Analog-Sticks hat. Bei anderen Controllern von anderen Virtual Reality-Devices, wie eben HTC Vive oder eben Oculus Rift, ist es ja eben so, dass man da schön anderen Kram machen kann auch oder mehr Kram, weil man einfach ein bisschen mehr Freiheit hat, dadurch, dass da eben Analog-Sticks sind. So, aber ich mag irgendwie den Look. Ist ganz cool. Sieht auf PlayStation 4 Pro auch echt ganz gut aus. Ist hier auch eine relativ minimalistische Grafik. Da sind Tore. Bist du ein Tutorial, eine Tutorial-Figur, die mir zeigt, was zu tun ist. Das ist hier der aus Destiny, der kleine Roboter, Peter Dinklage. Okay, nehmen wir dich da rüber. Wird mir alles schön gezeigt. Zack. Wow. Okay. Gehen wir wieder zurück, oder? Ach genau, das war jetzt diese erste Tür. Wir sind von da oben. Da da hinten. Mende dich der Kamera zu. Oh, gut. Da sind wir, glaube ich, gerade rein. Jetzt haben wir eine Brücke, weitere Brücke. Ist ja egal. Wir werden weiter zu diesen Toren gehen müssen. Und da kommen wir dann weiter zu neuen Räumen, die uns wahrscheinlich für neue Herausforderungen stellen. Zeit ist ein Werkzeug. Gut. Dann möchte ich jetzt auch lernen, wie das funktioniert, wie man damit umgeht. Rückkehr. Ja, irgendwas muss ich jetzt mal machen. Weil es ist gerade so ein bisschen, das Spiel fängt an, mich zu verlieren. Das dauert mir jetzt schon alles zu lang. Springen wir hier rüber. Entfernen den Kern, um ein vorangegangenes Echno einzusammeln. Okay, das erkennt man jetzt ein bisschen schlechter. Bist du der Kern? Ah, an meinem Rechternamen habe ich jetzt so einen Ring und das steht für gesammelte Echos. Jetzt muss ich die Kreistaste drücken, um die Zeit anzuhalten. Wow. Was will ich behalten? Ich bewege dich vom Ursprüngen weg, um deine neue Zeitachse. Ach, jetzt genau. Jetzt gehe ich da rüber. Genau, das sind jetzt meine Bewegungen, die ich gemacht habe. Ich habe mich quasi aufgenommen. Da springe ich jetzt rüber. Und ich kann das jetzt ein bisschen schneller abspülen lassen. Also wie gesagt, ich bin das grüne Ding. Da bin ich da vorne hingesprungen. Jetzt geht das Ding gleich hoch. Da nehme ich mir diesen komischen Ball und dann gehe ich da rüber, betätige in den Hebel. Und das erinnert mich, wie hieß dieses eine Spiel von Crow Team? Vincent, weißt du das noch, dieses Rätselspiel? Fuck. So, ich schnappe mir den Würfel. Oh, scheiße. Da sind wir runtergefallen. Und wo ist er jetzt? Steuerung, blöd. Felix, auch doof. Und ich mache ihn da rein und ich kriege einen Energieschwall ins Gesicht. Im Auge des Tornados. Jetzt weiß ich, wie sich Sascha Gray gefühlt hat in manchen Situationen. Gut. Wie gesagt, es ist wie dieses eine Spiel hier von Crow Team, was sehr, sehr geiles Puzzle-Spiel ist. Rätselspiel. Hat ja auch mittlerweile Virtual Reality-Unterstützung. Und da ist es ja auch so, dass man quasi in manchen oder im späteren Verlauf des Spiels auch seine Bewegungen aufnehmen kann. Und dann hat man quasi einen Doppelgänger unterwegs. Wie heißt dieses Spiel jetzt nochmal? Talos Principle. Danke, Vincent. Genau, es ist wie bei Talos Principle, wo man im späteren Verlauf dann eben auch seine Bewegungen aufzeichnen kann und dann wieder abspulen lassen kann, um dann quasi doppelt auf dem Spielfeld zu sein. Und sowas scheint es hier auch zu sein, so Richtung Talos Principle mit Aufnehmen von Bewegungen, um dann eben Rätsel zu lösen. Boah, das sind ganz schöne Kopfnüsse dabei gewesen, das weiß ich noch. Also die Bodentextur, schau dich das mal an, das sieht richtig scheiße aus, ne? Also das ist ja grauenhafte Kacke. Muss ich glaube ich doppelt, muss ich einmal da hingehen, mit dem dann da hingehen, um das aufzunehmen und dann gleichzeitig selber nochmal da rüber gehen. Irgendwie so, ich glaube, so machen wir das jetzt, ne? So, jetzt haben wir ein zweites Bändchen bekommen. Ist ja wie, äh. Oh. Komme ich jetzt hier nicht mehr rüber? Ah, zuwerfen. Äh. Scheiße. Moment. Ich glaube, ich muss da jetzt wieder was machen. Warte mal. Und jetzt bewege ich mich hier raus und jetzt müsste ich ja sehen, wie ich da rübergehe und dann werfe. Also das Spiel erklärt es einem nicht so richtig, aber es ist jetzt tatsächlich so, ähm, dass ich quasi das, was ich gerade eben die ganze Zeit gemacht habe, aufgezeichnet habe und jetzt nochmal abspielen lasse. Aber ich habe ziemlich weit geworfen. Ich drehe mich nochmal. Ich glaube, ich habe hier so hinter geworfen. Wir werden es ja gleich sehen, ob ich dann fange den Würfel. Aber scheiße, das muss ich da auch nochmal machen. Shit. Oder? Weil das andere ist ja nur ein Beispiel. Oh, scheiße. Wir machen einfach nochmal behalten. Und jetzt gehen wir raus. Jetzt müsste ich ja quasi zwei von mir erschaffen haben. Ja, ne? Und jetzt kann ich eben schauen. Ich werde die niemals fangen. Hätte ich wahrscheinlich erst den einen fangen sollen und dann den anderen, ne? Oh Gott, das ist... Boah! Okay. Das wird so nichts. Ich glaube, mit dem einen habe ich nochmal geworfen, ne? Nein! Jetzt bin ich raus! Ich wollte doch nur weiter nach hinten gehen! Oh! 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 Huh! Also das finde ich, äh... Nicht leicht. Nicht leicht. Weil das... Es ist langwierig. Zack. Das Werfen ist halt echt komisch, ne? Okay, das haben wir relativ schnell gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob ich den jetzt fangen kann, da eingeben kann und dann rüber gehen kann, um den rüber zu werfen und dann als dritte Person. Ja, so, jetzt gehen wir hier hin, haben das einmal und jetzt gehen wir eben hier rüber. Ich finde immer so Werfen in der virtuellen Realität ist immer so eine suboptimale Sache. Okay, das müsste auch passen. Und jetzt machen wir nochmal. Wir halten, gehen raus. Da fange ich ja, müsste ich ja mich selber fangen, quasi den Würfel. Und der andere landet hier. Ne, da schaut ihr an, wie meisterlich ich fange. Zack, super habe ich das gemacht. Aber jetzt komme ich hierher. Komm, komm doch her. Ah! Meine Güte, ey. Oh, super. Aber das ist nicht ohne. Alter Falter. Also das ist jetzt Rätsel Nummer zwei gewesen. Das wird ein komplexes Spiel. Das wird ein sehr, sehr komplexes Spiel. Da wird man dann echt, irgendwann wird die Rübe dampfen. So, gehen wir zum nächsten. Da haben wir was. Der, was machst du? Du bist ja der Tutorial-Geist. Ja, ist zu kurz. Dumpfbacke. Ah, da ist ein Schalter. Was steht da? Entferne den Kern, um ein vergangenes Echo einzusammeln. Ja, ja, klar. Aber jetzt schaue ich mir erst mal den Schalter an. Ja, blöd, ne? Kommst du wieder zurück? Moment, dann muss ich jetzt einfach mit... Und jetzt gehe ich wieder hier hin. So, jetzt müsste aber der hier, mein altes Ich, wieder losgehen. Ne, du gehst jetzt wieder zurück zum Schalter. Alter Verwalter. Genau. Und ich komme rüber. Weil ich hier stehe. Sehr gut. Da, ach, da geht auch was rüber. Jetzt schauen wir mal. Wie kriege ich denn da jetzt... Ach, dann muss ich noch mal. Und dann muss ich es mir noch mal zuschmeißen. Und schau, da sind ja meine beiden anderen Geister von vorhin. Die quasi der eine geht zum Schalter da nach oben hin. Der andere geht auf die Plattform und kommt dann da rüber. Irgendwas stand hier irgendwo. Irgendwas, ein Hinweis. Ist ja vollkommen egal. Und dann werft der eine mir eben den Schalter zu, äh, den Würfel zu. Und der andere betätigt den Schalter. Ja. Ja. Unterhalten Sie sich noch kurz? Boah, das ist ein Mindfuck-Spiel. Okay. Und jetzt kommt gleich wieder der Würfel an. Ich bin in Fangposition. Komm zu Papa! Komm. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Zack. Und es geht los. Wir haben es geschafft. Meinst du, ich soll noch weitermachen, Vince, oder reicht es? Ja, das soll er gewesen sein. Dann ein kleiner Einblick in Transpawns für Playstation VR. Von der Idee finde ich total klasse und super. Wie gesagt, erinnert mich an Talos Principle. Da gibt es im späteren Verlauf des Spiels auch eben die Möglichkeit, Kopien von sich selber zu erstellen. Dass man dann Hebel betätigt, äh, und das dann eben einfach nochmal abspielen kann. Und dass die Jetzt-Figur dann weiterkommt. Und genau darauf basiert dieses Spiel eben auch. Was mich ein bisschen stört, ist einfach die Steuerung und wie das funktioniert. Ähm, finde ich nicht so ganz bequem. Da weiß ich nicht, ob auf Oculus oder HTC Vive, ob das besser wäre, weil da gibt es Analog-Sticks. Hier mit diesem Drehen finde ich so ein bisschen nervig. Ähm, ansonsten, ja, echt coole Idee. Wer Bock hat auf Puzzlen im virtuellen Bereich, ich denke mal, der wird damit durchaus seinen Spaß haben. Wie lang das ist, kann ich euch leider nicht sagen. Werde ich nochmal ein bisschen recherchieren, sage ich euch jetzt gleich in der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.